Verschiedene Kreml-Insider gehen davon aus, dass Wladimir Putin realistische Ziele in der Ukraine verfolgen könnte. Falls es Russland gelingen würde, Kharkiv zu erobern, könne Putin einen symbolischen Sieg vorweisen. Anschließend könnte er den Krieg schrittweise beenden, berichten die Quellen gegenüber Medusa. Kharkiv wurde Behördenangaben zufolge am Mittwoch von der russischen Luftwaffe mit Fliegerbomben angegriffen. Dabei wurde offenbar mindestens ein Mensch getötet und 19 weitere verletzt, berichtet der Gouverneur des Gebiets. Andere Kreml-Quellen sprechen jedoch davon, dass Putin auch vor einer Eskalation mit dem Westen nicht zurückschrecke. Eine Quelle sprach davon, dass Putin bereit sei bis zum Sieg zu gehen, sogar bis nach Kiew. Das erste Szenario sei allerdings wahrscheinlicher, wie Medusa schreibt.